Der Zuschauerclip Wir zeigen Ihnen Filmsequenzen, die Opa Kurt aufgenommen hat. Und sein Enkel, Markus Schüler, hat uns diese Aufnahmen zur Verfügung gestellt. Leider kann uns Markus nicht sagen, wann und wo diese Aufnahmen entstanden sind. Nebenbahn Tenderlokomotive 93.1394 kuppelt an den Sonderzug. Edith genießt auf der Wagenplattform die Sonne. Damals so interessant wie heute. Ein Blick, ein Foto, ein Film aus dem Fenster bei Kurvenfahrten des Sonderzuges. Und die Reisenden genießen diesen wunderbaren Ausblick. So interessant wie heute. Das tut mir leid. Der Sonderzug mit Nebenbahntenderlokomotive 93.1394 fährt in den Bahnhof ein, wo der Zug schon sehnsüchtig erwartet wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und mir bleibt nur noch zu sagen, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren, zu kommentieren und zu liken. Und wir, wir sehen uns wieder, so Sie wollen, in der nächsten Ausgabe Ihres Magazins. Der Zuschauer Clip Untertitelung des ZDF für funk, 2017